Boah, Headshot. Ey, gib mir mal Rücken, der kann nicht. Okay. Habt ihr was geschrieben? Nein, spinnst du? Das mach ich doch gar nicht. Wieso willst du das? Ich will nicht, ich will, ich will dir nicht die Sachen cheat lassen. Wir haben ja gesagt, ohne Cheaten. Ja, Entschuldigung. Was war das jetzt? Was war das jetzt? Was war das jetzt? Was war jetzt? Oh, ein Faller! Oh! Oh, ich guck doch! Du hast Eisen, weil, deswegen... Ich meine, ich meine Eisenrüstung. Ah! Hilfe! Fail. Ich warte auf dich. Ich darf wegfahren. Ja, ja. Boah, genau. Oh, alter Elemental-Körper! Oh! Hast du es gesehen? Ja! Ey, so Fahrgrüber! Den ersten, den ich gesehen habe. Boah, geil. Ey, das war mein allererster Elemental-Kraft. Ah, die... Ja! Jetzt ist Gewitter vorbei. Aber es liegt. Was? Was? Nein, dann ist Gewitter vorbei. Nein, das Gewitter ist noch nicht vorbei. Nein, das Gewitter ist noch nicht vorbei. Ja, ja. Ja, ja. Boah, Elemental-Körper, ey. Geil. Die ersten, die ich je gesehen habe. Ja. Zum Glück bin ich im Haus, da kannst du nicht einfach kommen. Rohstoffe waren hier. Boah, alter! Warum ich jetzt, ey? Hä? Fuck! Das sollte Notch wixen, dieser Arsch! Ja, okay. Du machst einfach ein Netz-Lash-Strike, oder? Nö, nö, dann würde es doch was stehen im Chat, oder? Nö, nö, dann würde es doch was stehen im Chat, oder? Äh, wo ist mein Bogen? Hast du meinen Bogen gesehen? Nein! Oh, alter! Wir müssen mal wieder essen, zufrieden! Äh, help, 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 help! Bitte, 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 bitte! Komm doch schon! Weil warum hast du keine Rüstung an? Was? Siehst du's? Das ist ein Alec von Schalko! Warte, warte! Lass ihn explodieren! Boah! Boah! Alter, der geht bis jetzt in die Erde! Kann ich mal was ausprobieren, warte? Äh, lol! Guck mal! Tobi, guck mal! Guck mal! Guck mal! Cool! Guck mal! schade man kann elementar creeper netz bohren das schade ich weiß wie ich das mache es wollen normal creeper aber weiter stelle ist ein weiteres ding und sehen ich markiere den ort ok ja da guck streiken noch mal warte ein das tut weh wenn du da runter sprichst das ist ja richtig fett der hat Gras guck mal lol lol gehen wir nicht auf die Eier Gott Notch ist ja Gott sehr cool ich hab zwei Kabinen zu tun hey warte mal die Kotze nicht so stein die Eier und es regnet immer noch ja Alter warum schlägt so mich ein du machst bestimmt Strike oder ne ne sei ehrlich ne ne ich mein jetzt mit ne ne ich will dein neuer Video sehen ja warte ich hab ne Idee ich geh mal kurz hoch ok ja dann hab ich ne geili Alter ich krieg voll den Schaden ab so guck mal guck mal mal gucken was jetzt passiert oh oh was sollst du denn machen hoffentlich lässt der Blitz mich bis ganz oben hin bauen mal guck mal mal guck mal ob er im echten Leben stößt der Blitz ja an der höchsten Stelle an gell ja äh bist du jetzt runter gefallen nein ich lass mal was runter ich hab das ich hab das nicht ohne mehr ach so Adi hier die 20 Kohle scheiße wo 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 das hat mich schon wieder erwischt was schlägst du ich zoome auf dich ich zoome mal auch auf dich äh Alter über dir war Blitz los holt mich doch du Arsch boah ich hab direkt in den Blitz ich hab ich hab direkt in den Blitz geguckt na los na los na los na los na los da drauf oh Alter oh ich will nochmal hoch warte ok nicht einsammeln oh alter oh oh ich krieg auch jeden Erdklumpen mhm ich hatte noch nie so ne heftiges Gewitter bei mir bei Minecraft Ruhe ich trau mich schon gar net auf nein ich weiß nicht kack mhm alter was ist ich kann mal kurz warte ich hab alter ne ich hab ne Idee hoffentlich warte mal ich hab ne Idee ne ok ok joo warum schlack das nicht bei mir an achso weil ich ja kein eisen hab da brennts wo am berg ja seh ich komm mal mit auf den also das hätte mich fast erwischt kann ich doch nicht sagen dass ich so ne anziehungskraft für blitzen habe ey cool da oben ist ein berg cool da hat die kant ich hab ne idee ouch ich geh jetzt korrekt auf den berg ne ja und dann lass ich mich ganz bauen so viele Blöcke wie ich habe ich habe 24 24 es ist höher als du gebaut hast wo die höchste stelle hier ist die höchste stelle ja hier ist die höchste stelle heille ouch ich brauch essen ah da ist ein brot hä von wo hab ich das achso von der kiste keine erde mehr keine ahnung weil ich aufgerüstete rüstung hab geil alter hallo what the fuck das ist ja ja äh äh geht die Sonne unter oder hoch ich seh das durch den Regen uuuh alter schau mal was da steht alter warum hast du ne Doppel warte ich komme äh wo bin ich das ist ne Doppelkiste oh cool man kann man kann da reingucken äh meine Tour da kann man reingucken ouch Junge schnell Rüstung anziehen ah ne ich lass die Rüstung jetzt aus dat jetzt geht das Gipps ey du musst allow fire an damit es brennen kann damit es realistischer Alexa ich hab jetzt voll das Euro Bruin Gesicht gesehen oder was war das da was Dahinten war jetzt irgendein rotes Ges.. dass er bitter gelapet wow in Leutal Kripa Töte ihn! Töte ihn! Warum hat der Krüver keinen Block-Schaden gemacht? Schmeiß es sofort weg! Boah, sei nie wieder neben mir, ey! Du hast jetzt ein Inventar gelöscht oder was? Nein ich habe so gemacht, guck mit einsammeln. STIRB! Stell mir vor jetzt schlägt der Blitz ein und die AEitenerober sind. Tschü lover! Wöasse billig eng! Ja, okay! Ich streike mal, ok? Nach oben Aber nicht auf mich! Wo bleib' ich mit der Maul? Autsch Alles wegen dir Oh Ah, die verbrennen Aber was für ein großes Feuer die haben, gell? Ja! Ey, ich geh jetzt pennen, ich hab dich voll Ich auch Warte auf mich bitte Ok Nom 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 Ein Creeper explodiert vor topster 47 ich habe